Sehr geehrte Damen und Herren, ich wertschätze sehr Ihr Interesse und heiße Sie herzlich willkommen zum Vortrag Effektive Ernährungskonzepte, gedacht als Wegweiser durch den Dschungel der Ernährungslehren. Wieso geben so viele erfahrene Menschen und Gesundheitsschulen so verschiedene widersprüchliche Hinweise? Zu meiner Person, Uwe Haspel, Arzt seit 1986, habe ich von Beginn an schulmedizinisch und auch mit Naturheilverfahren gearbeitet, sehr bald schon mit dem Schwerpunkt Ernährung. Ich spreche größtenteils aus der Sicht und Erfahrung von uns Meierärzten, welche Ausbildung in Diagnostik und Therapie nach dem österreichischen Arzt Dr. Franz Xaver Meier gemacht haben. Erfahrung durfte ich sammeln in biologischer Vollwertkost, Vegetarismus, Rohkost, Heilfasten, Makrobiotik und Ayurveda. Zu einem großen Teil greife ich dankbar auf Erfahrungen anderer heilkundlicher Kollegen zurück. Auf meiner Website ist zum Herunterladen eine Liste der wesentlichen Quellen. Zum Thema habe ich dieses Rätsel mitgebracht und frage Sie, um was es sich auf dieser Skizze handeln kann. Na? Dann schauen wir uns das mal aus anderer Perspektive an. Wir erweitern die Sichtweise. Und haben dann folgendes Bild vor uns. Erweiterung der Sichtweise verschafft uns manchmal ein völlig anderes Bild der Wirklichkeit. Wir vollziehen diesen Prozess auch am Thema gesunde Ernährung nach. Der mechanistischen Sicht gebe ich bewusst wenig Raum hier. Der Mensch als ein Sammelsurium von Bauteilen und wenn eines davon kaputt geht, dann wird es ausgetauscht. So wird Gesundheit in weiten Teilen der Schulmedizin gesehen. Und so einfach ist es sehr selten, wenn wir nicht nur auf Länge von Leben achten, sondern Lebensgefühl und Lebensqualität ebenfalls wichtig nehmen. Weil so bedeutsam wiederhole ich tausendmal, die Probleme, vor welchen wir heutzutage stehen, können naturheilkundlich sehr einfach dargestellt werden. Wir entfernen uns mit unserer Zivilisation von der Natur und ihren Lebensgesetzen. Und so verschmutzen, verschlacken wir dabei unseren Organismus. Dieser Sand im Getriebe behindert unseren Organismus. Wir haben einfache Maßnahmen andererseits, ihn wieder sauber zu waschen, zu reinigen. Die Bürste sei ein Symbol für ein Reinigungswerkzeug. Das Wasser soll den Schmutz wegwaschen. Gut, das ist ein Blickwinkel. Ein anderer Blickwinkel ist, dass wir vieles tun können, damit die Verschlackung des Körpers erst gar nicht so schlimm wird. Der Karren erst gar nicht so tief in den Dreck fährt. Einen noch anderen möglichen Blick auf die heutigen Grundprobleme zeigt das Bild des Kompasses. Wenn dieser in die falsche Richtung zeigt, dann fährt ein Schiff möglicherweise auf ein Riff und sinkt. Der Vergleich zu heute, Politik, Schulwesen, Bildung, Medienkultur samt Werbung und auch zu großen Teilen Schulmedizin und Forschung bringen heutzutage sowohl wertvolle Errungenschaften als auch zerstörerische Irrwege in unser Leben. Unsere Zivilisation hat in vielem die Richtung verloren und steht in der Gefahr, sich und sogar ihre Lebensgrundlage Natur zu zerstören. Diesem Problem der Zweischneidigkeit unseres Systems habe ich den vierten Teil der Vortragsreihe gewidmet. Nun mitten ins Thema. Dafür definiere ich als erstes den Begriff Gesundheit. Gesundheit heißt, wenn mein Organismus in so einem Zustand ist, dass ich möglichst gut meinen eigentlichen Lebensaufgaben nachkommen kann. Der Organismus als ein Gefährt, welches in Ordnung zu halten ist. Gesundheit heißt, wenn mein Organismus in so einem Zustand ist, dass ich möglichst gut meinen eigentlichen Lebensaufgaben nachkommen kann. Nun brauchen wir noch eine brauchbare Definition für gesunde Ernährung. Er begründet den folgenden Satz plausibel und sagt darin, wieso es so viele unterschiedliche Ernährungslehren gibt, welche sich oft nur anscheinend widersprechen. Seine Definition lautet Gesunde Ernährung ist nicht das, was auf unserem Teller liegt und wir essen. Sondern gesunde Ernährung ist, was der Organismus aus unserer Nahrung macht. Mit anderen Worten, wir können das gesündeste essen. Es muss, um zu wirken, auch in der Zelle ankommen. Nochmal Gesunde Ernährung ist nicht das, was auf unserem Teller liegt und wir essen. Sondern gesunde Ernährung ist, was der Organismus aus unserer Nahrung macht. Durch diese Blickweise und die daraus folgende medizinische Vorgehensweise wird erklärlich, wie unter Beachtung von den Schlüsselfaktoren ein Mensch am Beginn der praktischen Maßnahmen so und dann so wesentlich verändert aussehen kann. Vieles davon hat, sei vorausgeschickt, mit Lebensmitteln und ihrem Anbau und Zubereitung überhaupt nichts zu tun. Ich gliedere nun gesunde Ernährung in vier Schwerpunkte, die sich teils auch überschneiden. Das Bild eines Stuhles ist sehr anschaulich dafür. Er steht mit vier Beinen stabil. Bein 1 betrifft physiologische Grundlagen und den Essvorgang selbst. Wie, wann, in welchem Rhythmus, mit welchem Bewusstsein esse ich. Bein 2 ist meine Lebensweise, in die mein Essen eingebettet ist. Atmung und Sauerstoffzufuhr, Naturkontakt und Sonne, Bewegung, Flüssigkeitszufuhr, sozialer Kontakt, Leistung, Erholung und so weiter. Bein 3 ist das Lebensmittel selbst, mit Anbau, Verarbeitung, Zubereitung, auch Kombinationen. Und Bein 4 steht für das Weglassen von Schädlichem. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick über Bau und Funktionen des Verdauungssystems sowie möglichen Störungen. Ich bringe speziell, was viele Menschen entweder nicht oder nur teilweise wissen, auch Zusammenhänge vom Verdauungssystem zum Gesamtorganismus. Vielen ist ein Stück bewusst, dass Mund, Zunge, Zähne sehr maßgeblich zur Verdauung beitragen. Der Spruch, gut gekaut ist, ist halb verdaut, genau, ist Volksweisheit. Doch wenn dies nur ausnahmsweise praktiziert wird, nutzt das Wissen darüber nichts. Die Frage muss dann sein, wie schaffen wir es, dass dies konsequent umgesetzt wird? Auch wissen wir alle, dass Nase und Geruchssinn große Bedeutung haben. Wenn wir etwas Leckeres riechen, läuft vielen das Wasser im Mund zusammen. Geruch hilft bei Unterscheidung von Begömmlichkeit und auch Verdorbenheit oder Uninteressantheit von Nahrung. Die große Wichtigkeit wird klar, wenn ich das Riechen die Gesundheitsversicherung von Hase, Reh, Hund, Katze, Maus usw. nenne. Und wenn wir uns darin üben, dann kann es auch für uns Menschen Gesundheitsversicherung sein. Was ist der Hintergrund? Über Nervenquerverschaltung fördern wir durch bewusstes Schnuppern und Geruchswahrnehmung in Zusammenwirken mit sorgfältigem Kauen, sowohl die Verdauungssäftesekretion als auch die Qualität der Säfte und die Magen-Darm-Bewegungen, die Peristaltik. Unser Zivilisationsproblem ist, dass diese Funktionen oft teils oder weitgehend verkümmert sind. In solchem Fall nützen sie uns gesundheitlich sehr wenig. Als nächstes schauen wir uns die Größe der Oberfläche unseres Verdauungssystems an. Was schätzen Sie? So groß wie ein Zimmer? 20, 30 Quadratmeter? Oder wie ein Tennisplatz? Nein, sogar wie ein Fußballfeld. Dies ist bedingt durch unzählige bis ins Feinste gehende Fältelungen, Zotten, sodass der Darm von innen wie ein Flusenteppich aussieht. Floccati haben wir im Westen dazu gesagt. Wieso ist das so? Der Grund ist, nur so kann eine optimale Auslese und dann Aufnahme der winzigen Nährstoffbestandteile stattfinden. Diese Riesenoberfläche ist immunologisch gesehen Außengelände für uns. Deshalb muss dieses geschützt werden vor unerwünschten Eindringlingen wie Mikroben, Giftstoffen und so weiter. Deshalb sitzt dort der größte Teil unseres aktiven Immunsystems, um diese Grenze zu schützen. Das heißt, dort ist unser wichtigstes aktives Immunorgan im Körper. Dazu gehört, dass dort auch die allermeisten Immunzellschulen angesiedelt sind, welche bei guten Verhältnissen im Darm den ganzen Körper mit dort ausgebildetem Schutzpersonal versieht. Misserfolge, die wir gleich beleuchten, können zu Allergien, Krebs und anderen schweren chronischen Krankheiten führen. Nächster Gesichtspunkt. Der Darm scheidet, was wenig bekannt ist, wie die Niere, aktiv Schlagstoffe und Gifte sowie Toxine aus. Diese Stoffe kommen aus dem Körperinneren. Dabei arbeitet der Darm mit der Leber zusammen. Das heißt, Kot besteht nicht nur aus Resten von gegessener Nahrung. Sogar Fastende produzieren Aktivkot. Trotz Null-Nahrungs-Zunahme. Die Regulation des Säurebasenhaushalts ist ein nächster wichtiger Punkt. Detailiert wissen nur wenige darüber Bescheid. Deswegen die Frage, wer hatte schon Sodbrennen, saures Aufstoßen? Das wird doch als lästiges Symptom angesehen, welches auch gefährlich werden kann. Wieso ist das eine sinnvolle Körperstrategie? Und was geschieht dabei außerdem? Wissen Sie das? Schauen wir die Magenzellen an. Sie bilden in den Magen hinein Salzsäure. Das weiß ziemlich jeder. Sie scheiden allerdings gleichzeitig ins Blut-Natrium-Bikarbonat ab. Das ist eine Base, die Abfallstoffe neutralisiert. Abfall, Säuren, Müll aus verschiedenen Stoffwechselvorgängen. Dieser wird ansonsten zu Sand im Getriebe, Ablagerungen. Das kann zu Durchblutungsstörungen und vielen an Krankheitszeichen mehr führen. Säure und Base bindet sich und wird zu Salz, welches dann einfach durch die Nieren ausgeschieden werden kann. Also Base aus den Belegzellen des Magens plus Säure aus den Abfällen der Stoffwechselvorgänge verbinden sich, werden zu Salz und werden dann durch die Nieren ausgeschieden. Das ist gesunder Säurebasenhaushalt. Deswegen sind Säureblocker eine Katastrophe, gerade wenn sie über längere Zeit genommen werden. Wir behindern damit den Organismus, lebenswichtiges Bikarbonat als Base in die Blutbahn geben zu können. Wir schikanieren dadurch die inneren Reinigungs- und Heilungsprozesse. Wir unterbinden damit einen großen Teil der Neutralisierung der Abfallsäuren des Gewebes und fördern dadurch Übersäuerung und sehr, sehr viele Krankheiten. Interessant ist über das Bauchhirn. Es enthält 100 Milliarden Nervenzellen und Bahnen, ebenso viele wie das Rückenmark. Es sendet über viermal so viel Bahnen Impulse an das Großhirn, als dieses Impulse in den Bauch schickt. Daraus wird gefolgert, dass es viel einflussreicher unseren Organismus steuert als das bewusste Nervensystem. Es gibt ja auch den Spruch, etwas aus dem Bauch heraus tun. Das Bauchhirn produziert außerdem den größten Teil der Botenstoffe, die unsere Stimmungslage bedingen, zum Beispiel 95% des Glückshormons Serotonin. Dieses gibt uns Gelassenheit, innere Ruhe, dämpft Angst, Kummer, Aggressivität und auch Hunger. Bei depressiven Verstimmungen ist oft Mangel an Serotonin. Das heißt, die depressiven Verstimmungen kommen sehr oft aus dem Bauch. Nun zu den Wurzeln der Verdauungsfehlfunktionen. Franz Xaver Mayer war schon als Junge wegen schwerer Erkrankung seines Vaters auf dem elterlichen Bauernhof für Gesundheit und Züchtung des Viehs verantwortlich. Er lernte dabei sorgfältig die Untersuchung auf körperliche Zeichen der Gesundheit. Die Ergebnisse überprüfte er auch an Menschen und entwickelte in seiner ärztlichen Laufbahn eine medizinische Lehre, Teil der Schulmedizin, wenn dort auch viel zu wenig beachtet. Sie hören hier also gleichzeitig Schulmedizin und Naturheilverfahren, wenn auch noch wenig populär. Was ich Ihnen nun in Kurzform zusammenfasse, finden Sie ausführlich im von mir sehr empfohlenen Buch Die Darmreinigung nach Dr. F. X. Mayer von Dr. Erich Rauch wie der Rauch aus dem Kamin. Ich kenne noch kein Werk, in welchem die Zusammenhänge so klar, umfassend und sehr gut allgemein verständlich dargestellt werden. Kerntatsache ist, je besser die Nahrung durch unsere eigenen Organe in Teamarbeit mit der Darmflora verdaut wird, umso weniger kommt es zu Zersetzungsvorgängen im Darm. Nochmal, je besser die Nahrung durch unsere eigenen Organe in Teamarbeit mit der Darmflora verdaut wird, umso weniger kommt es zu Zersetzungsvorgängen im Darm, nämlich zu Fuselgärung, im Gegensatz zu wünschenswerter eigener gesunder Gärung, welche die Verdauung unterstützt. Und die andere Zersetzung, das ist die Fäulnis. Je mehr Zersetzungsstoffe im Darm gebildet werden, umso mehr kommt es zu Vergiftung der Immunzellen im Darm. Infolge dann Vergiftung des Bluts und der Körpersäfte und schließlich auch der Zellen und Organe. Hier ist die Zersetzung nochmal bildlich veranschaulicht. Sie sehen abgebildet die Aufnahme der Zersetzungsstoffe, der Fuselgärungs- und Fäulnisgifte durch die Darmschleimhaut und massive Störung der Immunzellen samt den Immunzellinseln dort. Anschalig ist der Vergleich des Darms mit einem Restaurant. Alle Organe bekommen die vom Darm zerlegten Nährstoffe, Leber, Hirn, Herz, Gelenkzellen und so weiter sind davon abhängig, dass sie in guter Qualität ernährt werden. Bei zunehmender Zersetzung im Darm liefert die Kantine verdorbene, krankmachende Kost an die Körperzellen. Ein weiterer Vergleich. Wer noch die Milch mit Milchkanne geholt hat, diese hat peinlich genau und heiß gereinigt und ausgespült worden zu sein. Ansonsten wurde die frisch geholte Milch in Windeseile in der Kanne sauer. Im Darm ist es genauso. Solange er zu sehr verschmutzt ist, wird jegliche gute Ernährung im Bauch zersetzt. Also ist für eine erfolgreiche Therapie vieler Krankheiten sehr oft eine begleitende Darmreinigung ein Muss. Hier sehen Sie erst ein mikroskopisches Bild von reinem, gesundem. In der nächsten Abbildung von verschlacktem, verschmutzten Gewebe. Dargestellt ist hier der massive Überschuss an Kollagenfasern, rot, die aus Eiweiß- und Kohlenhydraten bestehen. Die gesundheitliche Folge ist eine Behinderung der Zellernährung und der Abfallentsorgung aus der Zelle. Wieder ein Vergleich. Der Körper sei eine Wohnung, die Zellen sind die Zimmer. So sehen Sie hier den Flur auf dem Gewebebild. Das ist das Zwischenzellgewebe, so wird das genannt. Es ist vollgestopft mit hinderlichem Zeug. Wer von uns würde zu Hause alle Schränke ausleeren und den Flur damit vollstellen? Dann käme ja niemand mehr durch. Aber so sieht es mehr oder weniger ausgeprägt bei vielen Menschen im Körper aus. Das ist vollgestellt, zugebaut. Verschlackung und Therapieerfolg sind auch im Großen sichtbar. Und im Ausmaß messbar. Wer geschult ist, sieht es an Gesicht, Haltung, Bauchform und vielen anderen Zeichen. Dieser Prozess ist meistens zeitlich fortschreitend. So kann ein Mensch mit 20 Lebensjahren so, mit 30 so, dann mit 40, 50 Jahren immer noch stärker verändert sein. Woher kommt diese desolate Situation, in der sich viele Menschen heutzutage in unserer Zivilisation befinden? Symptome bestehen anfangs oft im Verdauungssystem selbst. Vom Mundgeruch, Aufstoßen, Sodbrennen bis zum Völlegefühl. Müdigkeit nach dem Essen, auch Heißhungeranfälle, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten und Bauchveränderungen. Im weiteren Verlauf klagen viele frühzeitig oft über Allgemeinbeschwerden, wie Energieabfall, Konzentrationsstörungen, Nervosität, Gereiztheit, Kopfbeschwerden bis zur Migräne. Aber auch Herzkreislauf, Gelenks- und hormonelle Störungen. Bei schulmedizinischer Untersuchung wird häufig nichts Wesentliches gefunden oder eine Fehldiagnose gestellt. Der Zustand der Halb- oder Scheingesundheit ist sehr häufig geworden. Bei ausgeprägter langfristiger Zersetzung können stetig oder phasenweise die giftigen Zersetzungsstoffe über das Blut als Sand im Getriebe an bestimmte Schwachstellen oder in sämtliche Organe gelangen und so zu Beschwerden, Funktionsminderung bis zur Organzerstörung führen. Außerdem ist die chronische Immunzellvergiftung eine Wiege der Allergien im Darm, den Atemorganen, der Haut zum Beispiel. Eine Wiege auch von Autoimmunerkrankungen, die wie Pilze heute aus dem Boden schießen. Auch häufig von beschleunigter Degeneration. Auch von Krebswachstum. Also, Sie begreifen, wie kommt es zu diesen Krankheiten, Symptomen, dann Krankheiten, Zerstörungen. Es ist immer derselbe Vorgang. Die Zersetzung anstatt der regelrechten Verdauung. Und dann zum Teil lokal, der Beginn der Symptome im Bauch. Zum Teil auch als Allgemeinsymptome. Und dann spezifisch weitergehend, wenn der Prozess weitergeht, in den verschiedenen Organen. Und jetzt haben wir noch zu betrachten, was können wir tun, um diese Zersetzung zu vermeiden. Um zu begünstigen, dass der Organismus die Nahrung regelrecht aufspaltet. Bei der Frage, was ist zu tun, stellen wir fest, die wichtigsten Therapiemaßnahmen sind unglaublich einfach. Und bevor wir sogar noch auf die Ernährung selbst eingehen, die Feststoffe sei unser Lebenssaft, die Grundlage aller Körperflüssigkeiten und Stoffwechselvorgängen jeglicher Art benannt. Das Wasser, wie gehen wir mit ihm gesundheitlich gut um? Jetzt folgen viele praktische Tipps. Eine Aufforderung, glauben Sie dem Haspel nichts. Überprüfen Sie, was ich hier bringe. Sie machen mir ein riesengroßes Kompliment damit und sammeln für sich selbst unschätzbare Erfahrungen. Also der erste Tipp zum Wasser. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr täglich. Das ist ja recht unschön, aber es sollen geeignete Flüssigkeiten sein. Kaffee, grüner und schwarzer Tee, Milch, Saft, Alkohol sind es nicht. Sondern wie die Natur es uns vormacht. Drei geeignete Flüssigkeiten. Wasser. Was noch? Wasser. Die dritte. Wasser. Noch? Gut. Gesundes Wasser ist optimales Getränk. Und zwar ausschließlich stilles Wasser. Die Rehe und Karnickel machen es uns vor. Wasser liefert optimale Flüssigkeit für Stoffwechsel und Nieren. Jeglicher Zusatz behindert diese Vorgänge. Wie Koffein, Alkohol, Süße, Fruchtsäure, Milch und so weiter. Es soll nur außerhalb des Essens getrunken werden. Damit Speichel- und Verdauungssäfte unverdünnt und maximal wirksam bleiben. Auch als Getränk ist möglich Dünngebrüter, ungesüßter heimischer Kräutertee, Melisse, Fenchel, Brennnessel und so weiter. Ich bringe keine feste Mengenangabe. Je nach Ernährungsart ist meist ein bis zwei Liter täglich gut. Eventuell ist ein guter Wasserfilter wichtig. Mir schmeckt zum Beispiel das Bautzener Wasser manchmal scheußlich, wenn ich es direkt aus der Leitung trinke. Nun betrachten wir das Essen selbst. Was meinen Sie, ist, wenn wir das Thema Psyche mal ausklammern, bei den allermeisten Patienten meiner Praxis in 25 Jahren Erfahrung, das Wichtigste bei der Ernährungstherapie gewesen? Man kann ja meinen Zucker weglassen oder wenig Fleisch oder überhaupt gesunde Lebensmittel. Es war das Thema, ich sage es allgemein, wie mache ich aus den Kardinalfehlern meiner Ernährung, Kardinaltugenden. Und meistens haben sich die therapeutischen Probleme schon um etwa 50% gelöst, wenn allein der erste Fehler zu schnell geändert wird, nach dem Motto, gut gekaut ist, halb verdaut. Das kann trainiert werden. Ich bitte um Nachsicht so natürlich nicht. So, üben Sie bei einer Mahlzeit täglich in Ruhe zu essen, damit Sie wirklich auch jeden Bissen 50 Mal gekaut kriegen, bei normaler Bissengröße. Und das kann Leben verändern. Dafür ist wichtig, dass guter Anreiz zum Kauen besteht. Püriertes oder in viel Soße schwimmendes oder Suppe bietet dies wenig. Machen Sie sich die Soße im Mund selbst. Trinken Sie Ihr Essen im Speichel bildlich gesehen. Essen Sie absolut nicht unter Stress oder bei Trauer, Ärger, Sorgen oder gleichen Sie sich psychisch vorher bestmöglichst aus. Noch ganz oben anstehender Grundsatz. Dann lassen Sie strenge Pausen zwischen den Mahlzeiten. Der Grund ist, damit die Verdauungsschritte jeweils zu Ende kommen können. Der Magen ist wie ein Schreibtisch. Es gibt ein Riesendurcheinander, wenn ständig neue Akten draufgelegt werden, ohne dass die alten abgearbeitet sind. Dann essen Sie abends frühzeitig, vor 18 Uhr und wie ein Bettler, um Fusselgärung und Selbstvergiftung aus dem Darm über Nacht vorzubeugen. Über Nacht schaltet die Eigenaktivität der Verdauung weit herunter. Deshalb riskieren wir um ein Vielfaches mehr als am Tag, dass wir Schmarotzer im Darm füttern. Ein chinesischer Spruch sagt, das Abendessen gibt deinen Feinden. Eventuell nehmen sie um ihrer Gesundheit willen nur zwei Mahlzeiten täglich ein. Mit Nachdruck sei die Bewegung erwähnt als wichtige Verdauungsunterstützung. Ich empfehle täglich eine Stunde an frischer Luft, mäßig flott, dass sie etwas ins Schwitzen und Herzklopfen kommen. Und ich erinnere an den Spruch, nach dem Essen sollst du tausend Schritte tun. Auch anderes, was den Energiefluss unterstützt, auch Wirkung von dosierter Kälte, vor oder mit Abstand nach dem Essen, kann wichtige Verdauungsunterstützung sein, Lebenswecker. Sind nun der Knatsch mit Chefin, Chef, Kollegen, Schwiegermutter, Schwiegervater oder schädliche Stressfaktoren im Griff? Machen wir uns selbst auch nicht das Leben zu schwer? Dann lassen sie uns loslegen mit gesunder Kost. Nach dem bisher Gehörten kann die Idee aufkommen, dass es relativ egal ist, was wir genau essen, wenn wir dies in richtiger, zuträglicher Art und Weise tun. Ein Hörer brachte als Kritik, dass anscheinend die verschiedenen Ernährungsschulen nur Modeerscheinungen seien, ohne fundierten Nutzen für uns. Ob es nun fettarm, kohlenhydratarm, glutenfrei, vegetarisch, Trennkost oder sonstiges sei. Ich bringe hier auch nicht Hinweise auf eine bestimmte perfekte Ernährungsrichtung, sondern stelle unterschiedliche Erfahrungen hier zusammen. Es ist von uns einerseits zur Kenntnis zu nehmen, dass manches in manchen Fällen gut funktioniert, manches funktioniert in manchen Fällen gut, und bei manchen Menschen wiederum überhaupt nicht. Allerdings kann bei diesen anderes wiederum guten Erfolg zeigen. Vieles ist noch zu wenig erforscht oder bringt noch zu widersprüchliche Ergebnisse, um abschließend beurteilungsfähig zu sein. Allerdings, es gibt Gemeinsamkeiten, das betone ich jetzt sehr, es gibt Gemeinsamkeiten, welche sich in lange bewährten und verbreiteten Ernährungsrichtungen immer wieder finden. Diese Gemeinsamkeiten sind verlässliche, rote Fäden für eine gesunde Ernährungsweise. Ich fasse diese kurz zusammen. 1. Gesunde Ernährung soll verwenden, möglichst was vor Ort erhältlich ist. Regionalität 2. Es soll genutzt werden, was saisonal erhältlich ist 3. Die Lebensmittel sollen möglichst naturbelassen sein, was teils ausgelegt wird als roh. Oft ist allerdings Erhitzen und Kochen ein wichtiger Bestandteil der Zubereitung. Damit sind wir bei großen heutigen Problemen. Ich zitiere Frau Dr. Johanna Budwig. Promovierte Biochemikerin, Pharmazeutin und später auch Heilpraktikerin. Ihr gelang als erster im Labor die Trennung von Fett in einzelne Fettsäurearten. Sie forschte dabei auch über die Giftigkeit, die Toxizität der Transfettsäuren. Und das haben Sie vom Prozess, wie das Fett in seiner Struktur verändert wird, sicher auch schon gehört. Transfettsäuren bilden sich bei Erhitzung der Öle und Fette am extremsten durch Braten. Sowie auch bei der chemischen Margarine- und Speiseölherstellung. Das Problem ist, dass diese Transfettsäuren spiegelverkehrt mit den gesundheitlich wichtigen Fettsäuren sind. Also ganz, ganz ähnlich, aber Giftwirkung im Körper entfalten. Ihre Ergebnisse brachten prekäre Folgen für die Nahrungsmittelindustrie. Frau Dr. Budwig wies quasi nach, dass das herkömmliche Speiseöl und die Margarine als Produkte nur für Verbrennungen und Traktoren geeignet seien. Sie berichtet, dass sie dann aufgefordert worden sei, ihre Forschungen einzustellen und die Veröffentlichung darüber zu unterlassen. Nach Ablehnung ihrerseits sei sie gekündigt worden. Also herkömmliches Speiseöl und herkömmliche Margarine am besten zum Abschmieren oder in den Tank. Mit ihrem Beitrag zur Krebstherapie durch Omega-3-Fettsäuren, speziell mit Hilfe von Leinöl als einem Hauptbestandteil der Diät, hat sie unzähligen für sterbenskrank Erklärten geholfen, dem Tod von der Schippe zu springen. Quark-Leinöl-Diät Was sagt sie über das Allerwichtigste der Nahrungsqualität, mit 5 Ausrufungszeichen? Wenn ihr nicht 100% die Chemie aus der Ernährung herausnehmt, dann braucht ihr mit dem anderen gar nicht erst anzufangen. Für dermaßen wichtig erachtet sie diesen Gesichtspunkt, wenn ihr nicht 100% die Chemie herausnehmt aus der Ernährung. Dann lasst das andere doch gleich bleiben. Gemeint sind Konservierungsmittel, künstliche Süßstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und so weiter. Ich gehe noch viel weiter. Auf meinen Wildpflanzenführungen lasse ich die Teilnehmer auf dem nebenangelegenen, mit Agrarchemie bewirtschafteten Feld nach Wildpflanzen suchen und üblicherweise finden sie keine einzige Pflanze außer Raps oder Mais mehr. Weil alles andere Lebendige vergiftet ist. Und dann ziehe ich den Schluss und stelle die Frage, ist es wirklich die entscheidende Sache, dass wir biologisch angebaute Lebensmittel wegen unserer eigenen Gesundheit kaufen und essen? Oder ist es noch bei weitem wichtiger, sie zur Erhaltung der Natur als unserer Lebensgrundlage zu kaufen, weil wir so diese Art von Landwirtschaft unterstützen? Die Biobauern halte ich klar für die mitgrößten Naturschützer bei uns. Dabei bleibt der Boden unbelastet. Es gibt noch Hasen und Vögel, Regenwürmer und Schmetterlinge. Es ist nicht alles vergiftet wie bei der Massenanwendung der Agrarchemie, sondern ein erheblicher Teil der ökologischen Vielfalt und der Kreisläufe bleiben intakt. Und das sichert nicht nur unsere, sondern auch die Gesundheit der nachfolgenden Generationen. Nun folgen Beispiele einiger bekannter Heilkundiger, die sich mit dem Thema Wert der Lebensmittel differenziert befasst haben. Am Beginn soll stehen die Benediktiner Äbtissin Hildegard von Bingen, 1098 bis 1179, welche Medizin, Religion, Kultur und Ethik miteinander verbannt und als erste bekannte Frau offen über Gott predigte, mit vielen einflussreichen Menschen dieser Zeit in Kontakt stand. Ihre Ernährungslehre zeichnet aus, dass sie die Wirkung verschiedener Lebensmittel, Kräuter und Gewürze bis in kleinste Details beschrieb und auch ich etliche Empfehlungen von ihr gerne befolge. Bezüglich des Dinkels zum Beispiel, Verwendung von Galgant, Muskat. Die folgenden vier Persönlichkeiten verbindet das Ziel, eine möglichst naturgemäße Ernährung zu vermitteln. Der Schweizer Arzt Max Bircher-Benner, 1867 bis 1939, verhalf der neuzeitlichen Frischkost zu großer Popularität. Sein Schlüsselerlebnis war die schnelle Genesung einer schwer magenkranken Patientin, die nichts vertragen habe. Zusatz, die damalige Schonkost war verkocht und püriert bis zum Gehtnichtmehr. Dr. Bircher-Benner gab ihr erfolgreich geraspelte rohe Möhren, welche sie als erste Nahrung endlich wieder vertrug. Viel wertvoller noch werte ich sein Denken in Begriffen von Gesundheit, nicht von Krankheit. Dann folgte der Arzt aus Pommern, Werner Kollath, 1898 bis 1970, welcher die Lebensmittel nach Wertigkeit, nämlich nach dem Grad der Naturbelassenheit, ordnete und dadurch die Vollwertkost begründete. Vollwertkost steht für eine Kost, die alles enthält, was der Organismus zu seiner Erhaltung und zur Erhaltung der Art benötigt. Er wies auch auf Wirkung der Ernährung bezüglich Volksgesundheit hin. Das mag Brisanz enthalten, doch viel brisanter finde ich den Verlust des langfristigen Denkens bezüglich Gesundheit. Und das äußert sich dann unter anderem darin, dass heute durch politische Vorgaben, ungesunde Lebensweise und Produktion krankmachender Nahrung in vieler Hinsicht belohnt wird und straffrei bleibt. Wen wundern die Ergebnisse davon? Zu den beiden passt gut Max Otto Brugger, 1909 bis 2001, aus Reutlingen, der sich auch sehr für politische und wirtschaftliche Änderungen eingesetzt hat. Seine Devise, wir sollten es uns so einfach wie möglich machen, gesund zu leben. Und nicht krankmachendes für Profitnutzen und dafür die Werbeindustrie in menschen- und lebensverachtender Weise prostituieren. Mehr dazu beim Zucker. Als wertvolle Informationsquellen empfehle ich seine Bücher und die Website des Zentrums für Gesundheit. Nun bringe ich ein Musterbeispiel für eine gigantische Studie mit quasi Vollwertkost. Die Dänen sind von der Grippewelle 1918 verschont geblieben, weil ein ganzes Volk sich dem Plan des umsichtigen Arztes Mikkel Hindhäte, Vorsitzender des Ausschusses für die Planung der dänischen Lebensmittelversorgung über Jahre gesund vollwertig ernährt hat und auf diese Weise ein gut trainiertes Immunsystem hatte. Dies stand im Gegensatz zu sämtlichen anderen europäischen Völkern. In Dänemark wurden 1916 80% der Schweine ans Ausland verkauft, die Kleie nun statt als Schweinefutter der menschlichen Ernährung zugeführt, also oft ins Brot reingebacken, frei werdende Futteranbauflächen für Getreide und Gemüse verwendet, das Bierbrauen auf die Hälfte reduziert, das Schnapsbrennen ganz eingestellt, sodass Dänemark, anders als Deutschland und viele weiteren Staaten, keine Hungerprobleme und Epidemien verzeichnete und die Sterberate unter das Vorkriegsniveau sank, auch ab 1918 während der Zeit der sogenannten Spanischen Grippe, die mehr Todesopfer gefordert haben soll als der gesamte Erste Weltkrieg, nämlich 50 Millionen Menschen. Die Schweizer machten es den Dänen übrigens im 2. Weltkrieg gleich, haben fast dieselben Maßnahmen bezüglich Volksernährung ergriffen und sie erzielten ein ähnlich erfreuliches gesundheitliches Ergebnis. Also zwei Riesenversuche mit Millionen von Menschen und auch der Tatsache, dass im Grunde Grippeimpfung unnötig gemacht werden kann. Ja, das will ich auch noch sagen. Diese zwei Erfahrungen zeigen auch wie nebensächlich Impfungen für ein gesundes Immunsystem sind. Wenn Menschen gesund leben und wenn von politischer Seite dafür Sorge getragen wird, dass jede, jeder gute gesundheitliche Lebensgrundlagen haben kann, begonnen mit reinem Trinkwasser, guter Hygiene, mitsamt der Erziehung dazu, trockener, ausreichender, warmer Wohnung, gesunder Nahrung, sozialer Sicherheit und Frieden, dann können die Selbstheilungskräfte in guter Funktion sein und entweder wird eine sogenannte Infektionskrankheit vom Organismus im Keim Immunsystem erstickt oder sie kann vom Immunsystem viel besser bewältigt werden und die Prognose ist wesentlich günstiger. Im dritten und vierten Vortragsteil soll mehr auf das Impfen eingegangen werden und auch viele Beispiele gezeigt, statistische Kurven aus staatlichen Melderegistern, wo daraus gefolgert werden kann, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Ursache für den Rückgang der Infektionskrankheiten die verbesserten Lebens- und hygienischen Bedingungen sind und die Impfkampagnen praktisch null Veränderung bei der weiteren Besserung gebracht haben. Es ist sehr eindrucksvoll, diese Kurven mal genau zu studieren. Weiter bezüglich Ernährung, nicht fehlen dürfen die Roh- und Urköstler. Ein Beispiel ist Franz Konz, 1926 bis 2013, der sich wegen Magenkrebs, der schulmedizinisch diagnostiziert worden sei, selbst mit Urkost und Urmedizin erfolgreich therapiert habe. Er lenkt den Blick sowohl auf den besonderen Wert von Rohkost und gleichzeitig auf die dringende Einbeziehung von Wildpflanzen in die Palette, zur Versorgung mit wichtigen Vitalstoffen und Mineralien, zum Beispiel hat die Brennnessel hohe Konzentration von Eisen und Kalzium, Wildpflanzen insgesamt sind eine wichtige Protein- und Ballaststoffquelle. Sehr informativ, allerdings oft sehr unangenehm, hetzerisch gegen die Schulmedizin ist sein bekanntes Werk, der große Gesundheitskunst. Sehr wertvoll finde ich sein Eintreten für Gesundheitsbewusstsein insgesamt, bei der ganzen Lebensweise sehr achtsam auf die Naturgesetze zu schauen, sein umfassender Blick. Dann erwähne ich stellvertretend für viele andere David Wulfe, er gibt hilfreiche Hinweise, den Rohkostanteil beim Essen zu vergrößern unter guter Bekömmlichkeit, die Lebensmittel sinnvoll zu kombinieren und die Rohkost gut an zivilisatorische Umstände anzupassen. Eine besondere Rolle bei den Rohköstlern spielt Guy Claude Bourget oder Burger, welcher lehrt, sich wieder mehr wie Reh und Wolf zu ernähren. Wer von ihnen hat einen Hund oder eine Katze oder ein anderes Tier? Haben diese auch nur ein einziges Mal gefressen, ohne vorher mindestens ein bisschen an der Nahrung zu schnuppern? Oder haben sie dies bei irgendeinem anderen Säugetier jemals beobachtet? Der Geruchssinn ist die Lebensversicherung der Säugetiere. Außerdem ist er verbunden mit dem Riechhirn, unserem ältesten Großhirnanteil, unseren Urinstinkten. Sie kennen sicher die Sprüche Lunte riechen. Jemand nicht riechen können. Das stinkt zum Himmel. Bei der Instinkto Rohkost wird streng nur das gegessen, was angenehm riecht. Mehr noch, was vor Appetit das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Es wird immer nur ein Lebensmittel pur gegessen, eins nach dem anderen. Also erstmal, was weiß ich, 10 Minuten Möhren gegessen und dann möglicherweise fünf bis zehn Minuten mit Brokkoli weitergemacht und dann kommen die Nüsse oder Mandeln dran. Es ist völlig schlüssig, dass dies funktioniert, weil ja sämtliche Säuger so leben. Nur Vorsicht! Wir Menschen haben mit einzuberechnen, dass unsere Instinkte durch Zivilisationsschäden verdreht sind. Beispielsweise ist auch absolut unnatürlich, dass außer in bestimmten begrenzten geografischen Gebieten das ganze Jahr über Obst als Nahrung erhältlich ist. Es ist unnatürlich. Auch unnatürlich, dass wir heute quasi nur überzüchtete Obst- und Gemüsesorten haben, die zum Teil um ein vielfältiges überzuckert sind. Andererseits keine oder nur sehr geringe Mengen an Bitter- oder Ballaststoffen enthalten, was deren Bekömmlichkeit massiv beeinträchtigt. Ein guter Ausgleich für diesen Mangel an Bitter- und Ballaststoffen ist das zusätzliche Essen zum Obst von grünen Blättern, vor allem von Wildpflanzen. Beispiel. Ich habe viele Jahre quasi keine Johannisbeeren vertragen, wegen ihres starken Säuregehalts. Nach einem Mundvoll habe ich schon Zahnhalsschmerzen bekommen. Nach dem zweiten Mundvoll dann Sodbrennen, saures Aufstoßen. Und dann hörte ich und befolgte den Rat von Franz Konz, isst zur Frucht auch seine Blätter dazu. Denkst du, der Affe macht das anders? Absolut nicht. Es liegt auch nahe, sie wachsen ja am selben Baum oder Strauch. Das Ergebnis war, dass ich im Garten meiner Vermieterin von 40 mir in Anführungszeichen geschenkten Johannisbeersträuchern, sie hatte nämlich das Marmeladekochen randvoll satt, am Ende der achtwöchigen Erntezeit 38 ich ratzefatz leer gegessen hatte, ohne dass ich nur ein bisschen Probleme bekam. Zähne gut, Magen gut, rein durch die Essweise, einen Mundvoll Beeren, dann einen Mundvoll Blätter, einen Mundvoll Beeren, einen Mundvoll Blätter und so weiter. Ganz kurz abschließend über Rohkost. Ich halte es für mit den besten Ansatz, wenn sich ausreichend achtsam eingewöhnt wird und wenn kontrolliert wird, ob es langfristig vertragen wird, gegebenenfalls mit ärztlicher Unterstützung. Empfehlung auf B12 und chronische Fuselgärungsschäden achten. Nicht zu viel essen, kein Obst abends, nicht zu häufig, frühzeitig genug essen vor 18 Uhr. Dr. Meyer berichtet die eindrucksvolle Geschichte vom hyperaktiven Fritzle, der in der Schule schlechte Noten brachte, kaum zu bändigen war und völlig genas, nachdem die Eltern überzeugt werden konnten, ihm abends nicht mehr eine Birne oder einen Apfel hinein zu zwingen, welche ihm sowieso nicht geschmeckt hatte. Durch die Fuselgärung von Zucker und Obstsäure über Nacht war er am folgenden Morgen regelmäßig teils noch etwas angedüdelt, teils verkatert gewesen. So einfach kann der Umgang mit Verhaltensauffälligkeit manchmal sein. Praktischer Hinweis. Zu Beginn jeder Mahlzeit fünf Minuten lang Wildpflanzenblätter pur sehr ausgiebig kauen. Gut geeignet ist zum Beispiel Löwenzahn, aber auch Giosch, Brennnessel, viele andere. Buchhinweis von Guido Fleischhauer, Fleischhauer, essbare Wildpflanzen. Wunderbar, steht sehr viel drin und passt auch gut in kleine Taschen. Nächster Hinweis, Instinktschulung, an frischen Lebensmitteln Schnuppern vor dem Essen. Und dabei auf Appetitlichkeit und Speichelwurst achten. Nächster Tipp zum Thema Pürieren und Smoothies. Der beste Pürierstab ist unser Gebiss. Es braucht Kauen und Einspeichelung für langfristig gute Aufschließungen, sonst verkrüppeln diese Drüsen, wenn sie zu wenig trainiert werden. Also wenn jemand sich das vor Augen hält, was für einen positiven Effekt es hat, wenn der Pürierstab seltener verwendet wird, möglicherweise irgendwann sogar verkauft und wirklich nur noch mit den Zähnen gekauft und eingespeichelt wird. Und dann langfristige Gesundheit auch gesichert werden kann. Mit dem Pürierten züchten wir langfristig Schmarotzer in unseren Eingeweiden. Und wieder ein Vergleich dazu. Die Vitalstoffe, die im Essen und auch im Pürierten sind, das ist die Ware für unsere Zellen. Der Speichel- und Verdauungssaft sind die Transportarbeiter und LKWs. Viel Ware braucht viel LKWs. Viel wertvolle Stoffe in der Nahrung braucht viel Kauen und Einspeicheln. Und den Speichel dazu. Ganz einfach. Dann nächste Kostform. Die paleolithische Kost, auch Paleo-Diet, Höhlenmenschenkost, Steinzeitkost genannt. Sie geht davon aus, dass unser Verdauungssystem sich nicht oder zu unvollständig an die Lebensmittel angepasst hat, die durch Ackerbau und weitere Zivilisierung geschaffen worden sind. Dies betrifft insbesondere Milchprodukte, Getreide, Zucker, gepresste Öle, aber auch Salz, Alkohol, Kaffee, gezüchtete Hülsenfrüchte und so weiter. Die genaue Zusammensetzung der Paleo-Kost wird verschieden beschrieben. Typisch sind Gemüse, Obst, Nüsse, Wurzeln, Fleisch und Fisch. Eine große US-amerikanische Naturheilerzteorganisation berichtet von großen Erfolgen dieser Diät bei vielen Zivilisationskrankheiten. Ich beobachte die Entwicklung und Erfahrungen mit Wohlwollen und Interesse. Sogar bei Alzheimer beschreiben sie erstaunliche Besserungen und Heilungen. Nun folgen zwei altbewährte Lehren. Zuerst Ayurveda. Es ist das älteste überlieferte Gesundheitssystem. Der Ursprung von Ayurveda findet sich in der vedischen Hochkultur Altindiens, deren Blütezeit viele Jahrtausende zurückliegt. Das Wissen wurde ursprünglich nur mündlich von Generation zu Generation weiter vermittelt. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen allerdings sind auch schon über 5000 Jahre Jahre alt. Ayus bedeutet Leben, Veda, das Wissen, die Wissenschaft. Somit kann man Ayurveda als die Wissenschaft vom Leben übersetzen. Es geht jedoch nicht nur um Theorien. Vielmehr sollen die praktischen Regeln für den Alltag uns helfen, die Einheit von Körper, Geist und Seele herzustellen und zu erhalten. Es ist ein ganzheitliches Lebenskonzept. Ayurveda lehrt, wie man seine Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude bis ins hohe Alter erhalten kann. Werkzeuge zur Selbstanwendung sind Reinigungstechniken, zum Beispiel nach Aufstehen am Morgen, das Abkratzen des Zungenbelages, eine fundierte Ernährungslehre, dazu gehört auch spirituelle Yoga-Praxis und ausgefeilte Pflanzenheilkunde. Wichtig ist die Unterteilung der Menschen in drei verschiedene Hauptkonstitutionstypen, die in verschiedenen Mischformen vorkommen, wobei jeder Mensch hauptsächlich nach einer der drei Richtungen eingestellt sei. Die Empfehlungen für die drei Typen unterscheiden sich teils erheblich. Bestimmte Grundempfehlungen werden an alle Typen gegeben, zum Beispiel qualitativ hochwertige Lebensmittel nehmen, in Ruhe essen. Der Lufttyp Vata soll regelmäßig warm und fetthaltig essen, im Gegensatz zum Feuertyp Pita, der für Rohkost prädestiniert sei. Kaffa, der Kälte- und Schleimtyp, soll Fett und Süßes meiden. Ihm werden komplexe Kohlenhydrate, den Reis zum Beispiel, und Gemüse empfohlen. Ja, so kann doch das Ergebnis dann für den Einzelnen sehr unterschiedlich in der Empfehlung ausfallen. Und nun nach China, da ist es ähnlich der Vorgehensweise. Die traditionelle chinesische Medizin ist auch Jahrtausende alt, arbeitet auch sehr differenziert mit Haikräutern und auch mit Körpertechniken, Tai-Chi, Qi Gong und Spiritualität. Die Übertragung der Ernährungslehre auf in westlichen Ländern übliche Dinge wird Ernährung nach den fünf Elementen genannt. Und da wird auch jedes Lebensmittel energetisch klassifiziert, aber jetzt nicht nur in die Zugehörigkeit zu verschiedenen Elementen, Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser in diesem Fall, sondern auch in Yin und Yang. Man kann das so umschreiben wie kalt-warm, passiv-aktiv, dunkel-hell, energiegeladen, energiearm, aufnehmend, gebend. Jeder Mensch hat auch eher mehr Affinität grundsätzlich zu Yin oder zu Yang und auch zu bestimmten Elementen und jeder Mensch hat dann auch das Problem oder die Aufgabe, andere Elemente, die schwach bei ihm vertreten sind, eher zu unterstützen, zu fördern. Die Ernährung dient dazu, diese Harmonien zu fördern und zu erhalten. Besteht im Körper ein harmonisches Gleichgewicht dieser Energien und der Elemente, ist der Mensch gesund? Mein Kommentar dazu, das Ganze ähnelt einem Baukastensystem, einem Puzzle, welches sehr klar strukturiert ist. Ich finde es sehr einleuchtend, auch wenn ich jetzt selber nur sehr wenig Erfahrung damit habe. Dann zum Vegetarismus und Veganismus. Es gibt sprachlich sowohl die Wurzel Vegetus aus dem Lateinischen, lebendig, belebt, als auch Vegetable aus dem Englischen, Gemüse oder Pflanze heißt das. Ursprünglich stand der Ausdruck vegetarisch für eine rein pflanzliche Ernährung. Manche Vegetarier beziehen Fisch und Meeresfrüchte, manche Eier und Milchprodukte mit ein. Donald Watson führte den Ausdruck Veganismus ein, um damit eindeutig eine Lebensweise zu bezeichnen, die auf den Verzehr von allem Tierischen verzichtet. Ein Veganer ist also auch keine Eier, keine Milchprodukte, zum Teil auch keinen Honig. Die Gründe dafür können sehr verschieden sein. Ethisch, ökologisch, gesundheitlich und auch geistig-spirituell. Ich selbst lebe seit 2005 vegetarisch, weil ich komplette Selbstverantwortung auch für meinen Fleischkonsum übernehmen wollend, mit dem Schlachtermesser vor einem meiner Schafe stehend, nachdem Kollaps nahe war und tief im Inneren gefühlt habe, ich will es anders und es passt besser zu mir. Und seither musste mir niemand da irgendeine Vorgabe machen, aus was für einem Grund das wichtig sei. Ich habe von innen heraus dann konsequent vegetarisch gelebt. Es gibt vielfältige gesundheitliche Erfahrungen und auch Studien bezüglich Nutzen und auch Risiken solcher Ernährung in Indien. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich habe es selber ein halbes Jahr erlebt. Dort leben hunderte von Millionen Hindus streng vegetarisch und vollbringen Höchstleistungen. Und es ist dort auch normal, dass ein Restaurant, wenn es nicht vegetarisch ist, sich Non-Veg, Non-Vegetarian Restaurant nennt. Und die normalen, üblichen Restaurants sind alle vegetarisch. Vitamin B12 und Eisenmangel, zwei häufig berichtete Folgeerscheinungen, habe ich selbst drastisch an mir erlebt, als ich für ein Jahr die Milchprodukte auch noch weggelassen habe. Es kam mir seltsam vor, dass ich als Vegetarier mit Leib und Seele immer stärker wahrnahm, dass ich von Salami, Räucherspeck und Knackwurst fantasierte. Das war schon eine wirklich seltsame, strange Erfahrung. Wenn ich in einer Gesellschaft gewesen bin, wo solches gegessen wurde, hätte ich meinem Gegenüber wiederholt am liebsten aus einer seltsamen Gier das Wurstbrot aus der Hand gerissen. Dazu bemerkte ich vermehrte Müdigkeit, Schwäche, Kurzatmigkeit und stellte dann im Labor Blutarmut mit Mangel an Eisen und B12 fest. Bisher konnte ich auf Substitution verzichten, habe in der Ernährung einiges umgestellt, würde allerdings gerade beim B12 hin und wieder gezielt dazu raten, zur Substitution, falls Wildpflanzen täglich, Chlorella täglich, auch häufig Eier, Hefeflocken, Pilze, Sauerkraut und eventuell mäßiger Konsum von Milchprodukten nicht ausreichend Wirkung zeigen, dass B12 und Eisen in gutem Bereich bleibt. Das Problem der Eiweißversorgung lässt sich einfach durch geschickte Kombination regeln. Reis plus Linsen, Mais plus Bohnen, Erbsen plus heimisches Getreide und das Aminosäure-Spektrum, das wir brauchen, ist vollständig abgedeckt. Bekannte Veganer sind Leonardo da Vinci, Carl Lewis, mehrfacher Olympiasieger in Leichtathletik, Martina Navratilova, Tennis, Clint Eastwood, Schauspieler, Rüdiger Dahlke und Bill Clinton. Es folgen einige Experimentierdiäten, bei denen noch eingehendere Erfahrungen nötig sind, die allerdings schon das ein und andere sehr Interessante aufweisen. Die Heische Trennkost ist eine vom amerikanischen Arzt William Howard Hay zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte Ernährungsform, bei der hauptsächlich eiweißhaltige Lebensmittel einerseits und kohlenhydrathaltige andererseits nicht gleichzeitig bei einer Mahlzeit gegessen werden. Es handelt sich um eine Diät, die Großteils Methode zur Gewichtsreduktion gewesen oder ist, der allerdings auch große gesundheitliche Wirkung nachgesagt wird. Es darf fast alles gegessen werden, unabhängig auch von der Menge. Nur eben die Bratwurst ohne Pommes oder die Pommes ohne Bratwurst, die Kartoffeln ohne Schnitzel oder die Nudeln auch ohne Schnitzel oder umgekehrt. Selbst habe ich etwas Erfahrung damit und es liegen einige günstige Berichte mir vor, es mag insgesamt gut sein für Konsumenten größerer Mengen an tierischem Eiweiß. Dann die Blutgruppendiäten sind ein alternativmedizinisches Diätkonzept, das auf der Theorie des amerikanischen Naturheilkundlers Peter de Adamo beruht. Es wird postuliert, dass Menschen mit unterschiedlichen Blutgruppen Lebensmittel evolutionär, also auch aufgrund ihrer genetischen Entwicklung in verschiedenen Kulturen, unterschiedlich gut vertragen. Eine entsprechende Einschränkung der Auswahl soll die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern und das Krankheitsrisiko senken. Der Nulltyp, Blutgruppe 0, der Jäger, sei danach eher ein Fleischesser. Manche Hülsenfrüchte, Weizen und Milchprodukte seien eher ungesund für ihn. Der A-Typ, Blutgruppe A, der Landwirt, sei von Natur aus Vegetarier, sollte Fleisch und Milchprodukte, aber auch Bohnen und Weizen meiden. Ich lehne die Lehre nicht ab, sehe sie allerdings skeptisch. Die Atkins Diät, benannt in den 70er Jahren nach dem US-amerikanischen Kardiologen und Ernährungswissenschaftler Robert Atkins, ist eine Diät nach dem Low-Carb-Prinzip, also wenig Kohlenhydrate. Sie reduziert die Aufnahme der Kohlenhydrate am Anfang drastisch auf 20 Gramm maximal täglich und nutzt Fett sowie Protein als Hauptenergieträger. Werden mit der Nahrung keine oder wenig Kohlenhydrate zugeführt, so stellt der Körper den Stoffwechsel auf Fettverwertung um. Das hat zur Folge, der Blutzuckerspiegel wird deutlich niedriger gehalten. Der Grundgedanke wenig Kohlenhydrate hat viel Popularität gefunden und viele Erfolge verzeichnet und ist ein, finde ich, interessanter Ansatz für weitere Studien. Interessant und wichtig. Und wieder als Kritik, nach sowohl Atkins ist gleich Kohlenhydratarme Kost als auch Trennkost oder Low-Fat, also das heißt fettreduzierte Ernährung, sind doch alles Modeerscheinungen und gehen wieder unter wie andere fixe Ideen. Ich gebe diesem sehr wachen Kritiker nur teilweise recht. Um die nachhaltige, langfristige Wirkung einer Therapie auch einer Ernährungsform ermessen zu können, brauchen wir eine sehr lange Beobachtungszeit. Jahrzehnte sind dafür sehr kurz. Entwicklung über Generationen hinweg erscheint uns Meierärzten angemessen. Wir selbst sind sehr scharfe Kritiker und Beobachter. Jetzt viele Jahrzehnte nach Einführung der fettreduzierten Ernährung und der erschreckenden Ausbreitung von Übergewicht, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes mellitus ist offensichtlich, dass der Ersatz von Fetten in Nahrungsmitteln durch andere Geschmacksverstärker wie Zucker und anderen Süßungsmitteln massiv bei vielen den Stoffwechsel stört und krank macht. Was hat das Ganze wirtschaftlich bewirkt? Für die Nahrungsmittelkonzerne hat sich der Absatz stark erhöht, weil solche Leitprodukte zwar genauso gut schmecken können wie fette Nahrungsmittel, aber viel weniger satt machen und so die konsumierte Menge stark ansteigt. Der Gipfel davon ist Coca-Cola. Um da den Umsatz, den Absatz zu erhöhen, wird gleichzeitig Salz und Zucker in Mengen reingeschüttet. Das Salz, das macht, dass zusätzlich Flüssigkeit gebraucht wird. Der Zucker macht, dass es trotzdem Salz immer noch gut schmeckt und dann bringt letztendlich in erster Linie der Zucker, den Stoffwechsel massiv durcheinander. Ich meine, was dann das Salz noch, die Menge an Salz und das Koffein noch dazu macht, ganz zu schweigen. Aber mehr unter Zucker dann noch später. Dann kommt die Makrobiotik, eine doch einigermaßen bekannte Ernährungsform. Sie wurde im Wesentlichen von dem Japaner Georg Oshawa begründet. Der Begriff Makrobiotik entstand in der Antike, Makros, Gros, Biotikos, auf Griechisch, das Leben betreffend. Sie bezeichnet eine Lebensweise, die zu einem gesunden, langen Leben führen soll. Oshawa kritisiert die Übernahme des modernen, westlichen Lebensstils für Japan, kritisiert dabei insbesondere die symptomorientierte Medizin und die Ernährungsgewohnheiten, Fast Food und die ganzen Dinge. Stattdessen wird die traditionelle japanische Ernährung aus ganzen, unverarbeiteten Lebensmitteln empfohlen, ohne Verwendung von Milch und anderen tierischen Produkten. Was empfehle ich Ihnen nun als gesundheitlich optimale Ernährung? Ich garantiere Ihnen hier eine Sache, nämlich dass ich Ihnen diese Frage langfristig nicht beantworten kann. Leben ist wie eine Straße mit Kurven, Kreuzungen, teils auch Schlaglöchern und Baustellen. Da haben wir die Richtung immer wieder zu ändern, uns immer wieder auf momentane Erfordernisse einzustellen. Allerdings kann ich Ihnen in einem wesentlichen Punkt behilflich sein. Immer wieder die Grundsätze, die schon wirklich tausende von Jahren gelten, was ich am Anfang genannt habe. Regionalität, Saisonalität, Naturbelassenheit. Und andererseits, wir selbst können immer besser wahrnehmen, lernen, wie uns gesundheitlich unsere Ernährung bekommt. Und wir Maya-Ärzte, wir spiegeln dann auch noch die Veränderungen des körperlichen Befunds. Und meistens bestätigen wir dann das, was die Patienten empfinden. Und manchmal ist das subjektive Befinden und die objektive körperliche Entwicklung auch nicht direkt miteinander einhergehend. Manchmal hinkt da das eine dem anderen nach. Dann geben wir ergänzend Informationen. Der Körper, der sagt, ja, mir geht es jetzt deutlich besser. Auch wenn Sie gerade viel Schmerzen hier oder da haben. Es gibt viele Gesundheitszeichen, die sich bessern. Seien Sie geduldig, machen Sie weiter. Also das kann ich Ihnen sagen. Es gibt Wegweisungen. Es gibt auch Zeichen, die Sie selber erfassen können. Auf den Punkt gebracht kann ich auch sagen, achten Sie darauf, ob Sie gesund und immer gesunder aussehen und körperlich, emotional und geistig gut mit machbaren Aufgaben umgehen können, sich auch danach in angemessener Zeit wieder erholen. Ausführlicher bringe ich dies in der Fortsetzung dieses Vortrages. Dort gebe ich dann auch im nächsten Teil Hinweise zu einzelnen Lebensmitteln, einschließlich der so wichtigen und teils sehr heiklen Themen Fett und Öl, Getreide, Gluten und Zucker, sowie zum Thema Ernährung in Bildung und Medien, Informationskultur. Nun danke ich Ihnen für Ihre bisherige Aufmerksamkeit bezüglich des Themas gesunde Ernährungskonzepte und wünsche Ihnen Wohlbekommens.